herzlich willkommen auf lh cyber security und schön dass du dabei bist wir schauen uns heute den i love you virus an genau kommen wir gleich mal zum inhalt des videos da ist nämlich drin allgemein ein paar grunddaten zu dem virus die funktionsweise wie der virus funktioniert und was ihn von anderen viren unterscheidet dann eine code analyse also ein kleiner ausschnitt vom code und was dich wahrscheinlich am meisten interessiert der virus in aktion genau ich würde zeigen let's go gut allgemein name i love you sehr spektakulärer name dadurch wurde auch ziemlich bekannt da er nämlich wie wir später sehen werden auf einem sehr schlauen social engineering trick basiert der virus wurde im jahr 2000 entwickelt und hat ungefähr zehn millionen windows computer infiziert die sprache ist eine skript sprache wie so basic ist in jedem windows enthalten dadurch konnte ihn auch fast jeder der sich mit programmieren auskennt ändern und deswegen gibt es auch 25 varianten die art des virus ist ein wurm der sich über emails verbreitet wie er das genau macht sehen wir in der nächsten folie genau also als erstes die funktionsweise wie geht er vor er schreibt sich selbst in dateien und in das system natürlich muss ich im virus immer erst mal verankern in den autostart schreiben und so weiter das ist normal für ein virus aber beim i love you virus hat sich eben dieser virus noch in andere dateien hinein geschrieben wie zum beispiel musik dateien bild dateien dokumente und noch ein paar andere und diese dateien hat er dann eben per e mail an die ganzen kontakte des infizierten geschickt und er hat dazu dazu noch einen brief geschrieben den sogenannten love letter diese ganzen infizierten dateien wurden dann wiederum von anderen geöffnet und diese wurden haben dann eben den virus auch wieder weiter verbreitet so somit ist dieses ganze ziemlich schnell verbreitet also der hier ist eben auch diese taktik mit dem love you er hat eben eine e mail mit dem betreff i love you versendet und im anhang war dann eben der love letter also der liebesbrief enthalten dadurch dass viele leute darauf reingefallen sind und interessiert waren wer ihnen ein liebesbrief schickt haben sie natürlich den anhang geöffnet und sich somit wieder infiziert und den virus wieder weiter versendet genau zusätzlich lädt dieser virus auch noch einen zweiten virus runter der dann entweder die ganzen pc zerstört oder andere sachen macht je nachdem wie die variante halt gerade unterwegs ist genau dann schauen wir uns die code analyser an hier habe ich jetzt mal ein der wie ich finde interessantesten ausschnitte von dem virus rausgesucht und hier ist eben die funktion wie die e mail versendet wird wir schauen uns das kurz an also hier oben werden erstmal die ganzen adressen vom telefonbuch oder vom adressbuch aufgelistet und in eine variable reingeschrieben und dann nacheinander durchgearbeitet so lange bis alle adressen versendet oder ja eine e mail eben bekommen haben hier sehen wir das ganze wird immer in die registry gespeichert damit er eben weiß welche e mail adressen er schon besendet hat und welche eben noch nicht dann sehen wir hier unten den betreff als subject i love you und hier drüber natürlich den empfänger genau dann im body also als nachricht haben wir hier kindly checks attached love letter coming from me genau damit man eben halt auf die datei klickt und die datei wird eben dann versendet oder an die e mail angehängt love letter for you punkt txt punkt vbs hier wurde auch wieder ein social engineering trick angewandt und zwar eben man soll denken es ist eine txt also eine text datei aber im endeffekt ist es eine vbs also ein visual basic script wo eben der virus enthalten ist dann wird das ganze gesendet und in der registry wird der eintrag mit 1 hier bestätigt und somit weiß das programm okay die e mail wurde gesendet dieser empfänger ist durch jetzt kann ich mit dem nächsten weiter machen das ist passiert halt wie gesagt so lange bis das ganze adressbuch ja den virus gesendet bekommen hat genau dann sage ich mal let's go zu virus in der aktion okay wir haben jetzt hier eine mp3 datei und eine html datei haben wir noch ein visual basic script mit hello world und eine text datei genau und wir starten jetzt alles noch mal die javascript datei ist auch noch ganz normal und wenn wir jetzt den lauf letter starten sehen wir hier unten im e mail post fach dass die ganzen e mails versendet wurden wo wir vorher schon geredet haben mit dem lauf letter eben im anhang wir sehen jetzt hier auch wieder die txt punkt vbs datei denn betreff mit i love you und es wurde an drei kontakte aus der ja aus dem adressbuch gesendet genau wir sehen jetzt hier auch noch mal die auf dem desktop vorhandenen dateien also die mp3 datei die bild datei wurden alle in vbs umbenannt und eben auch wieder mit dem lauf letter integriert wir sehen hier überall ist eben der virus enthalten genau auf jeden fall ziemlich krass dass er einfach alle dateien ja mit sich selbst infiziert und ja einer der heftigsten viren vom jahr 2000 und schreibt sich natürlich auch ins system wie wir jetzt hier sehen klar okay ich hoffe dir hat das video gefallen wenn ja lass mir doch gerne ein like da und abonniert den channel für mehr sicherheitsthemen kommen auch gerne auf unserem discord server da sind auch viele coole leute die dir auch helfen bei fragen oder einfach generell über das thema gerne reden und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen tag bis zum nächsten video macht's gut und peace